Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den News der Woche mit mir, dem Sebastian. Ja, ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Sonntag und ein wunderschönes Wochenende. Hoffentlich hattet ihr ja ein schönes Wochenende, vielleicht habt ihr das ja auch noch. Sonntags ist ja immer ein bisschen kackig, so am Montag geht's wieder los und so. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall geht's jetzt auch direkt mal los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und dann, ja, ab geht's. Beginnen wir mit einem Thema, das in den letzten Wochen ja nicht mehr ganz so aktuell war, weil Rockstar Games sich da so ein bisschen mehr oder weniger zurückgehalten hat. Hauptsächlich gab's da viele Infos und viele neue Detailhäppchen von verschiedenen Publishern und verschiedenen Leuten, die das Spiel zu Gesicht bekommen haben. Denn Rockstar Games hat in letzter Zeit GTA 5 ein paar Mal gezeigt, an so ein paar Publisher gezeigt und jetzt hat es auch wieder an einen russischen... Russische... Scheiße, Mann. Und jetzt hat Rockstar Games auch GTA 5 an einen russischen Publisher. Ja, die konnte das angucken und so. Ähm, und da ist unter anderem bekannt geworden, dass die drei Protagonisten, Franklin, Michael und Trevor, sich im Spielverlauf Narben zufügen können. Also nicht selber, also, ob die das selber können, ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es Narben im Spiel, entweder durch Schusswaffen oder durch Unfälle und so weiter. Und bestimmte Narben werden auch dann durch den ganzen Spielverlauf erhalten bleiben. Das heißt, man kann seinen Charakter dann voll verunstalten. Das finde ich ganz lustig. Und des Weiteren wurde auch berichtigt, dass... Berüchtigt, Junge. Des Weiteren wurde auch... Mein Gott. Ja, heute ist das Ganze nicht so sonderlich professionell von mir. Deswegen rede ich auch so schnell, weil ich das Ganze jetzt schnell hinter mich bringen muss. Weil das einfach so ist. Ähm, machen wir weiter. Außerdem soll es eine ganz, ganz, ganz besonders lebendige Spielwelt geben. Das wurde ja auch schon im Vorhinein schon berichtet. Allerdings wurde das jetzt nochmal ganz deutlich hervorgehoben. Zum Beispiel gab es einen Fallschirmsprung. Da wurden Fallschirmsprungen gezeigt in der Präsentation. Und dann konnte man per Fallschirm aus, ja, konnte man Touristen beim Wandern sehen. Man konnte jagende Raubtiere sehen. Man konnte eine versteckte Militärbasis sehen. Und man konnte sogar eine aktiv genutzte Motocross-Strecke zu sehen. Man konnte... Warte. Aktiv genutzte Motocross-Strecke sehen. So ist das richtig grammatikalisch. Ne, so ist das grammatikalisch richtig. Mein Gott. Heute ist nicht so mein Tag. Naja. Und man hat auch gesehen, wie zum Beispiel Fische auf ihre Beute lauerten. Und Fische auf ihre Beute lauerten. Also wie Fische da so rumstanden mit den Angeln. Und das ist ja auch egal. Es wurde aber auch berichtet, dass... Berichtigt schon wieder, mein Gott. Es wurde aber auch berichtet, dass die Hardware von zum Beispiel Xbox 360 und Playstation 3, die ist jetzt ja nicht mehr auf dem aktuellsten supermodernen Hyperstand. Und das ist auch der Grund, weshalb es in GTA 5 zumindest bei den Konsolenversionen, bei den jetzigen Konsolenversionen, nicht so ganz viele Autos auf den Straßen geben wird. Und das liegt einfach an der nicht so superdollen Rechenleistung. Da wird dann ja, wenn es für PC rauskommt, wird das mit Sicherheit nicht so sein. Und für die Next-Gen-Konsolen ganz mit Sicherheit auch nicht. Ganz, ganz positiv haben sie aber auch hervorgehoben, also die Publisher, dass es jetzt erstmal in einem GTA-Teil an Hintergrundmusik geben wird, die die ganze Zeit durchgehend zu hören sein wird. Und die sollen nämlich richtig, richtig cool sein und richtig, richtig Laune machen und das ganze Spielgefühl nochmal enorm steigern. Außerdem gab es jetzt schon ein paar Screenshots von... Oder ein Screenshot von dem... Mein Gott, heute ist echt nicht mein Tag. Außerdem gab es auch schon ein Screenshot, so jetzt ist es richtig, von dem Hut. Und zwar wird es... Ah, weiß ich... Ja, ich packe euch den Link einfach in die Beschreibung, so dann könnt ihr euch den da angucken. Aber ich kann ja mal kurz so sagen, dass die Karten zum Beispiel viereckig sind. Das ist gewöhnungsbedürftig, ja, weil das bis jetzt noch nie in einem GTA-Teil war, aber sieht sehr interessant aus und schaut es euch einfach mal an. Das ist schon ganz lustig. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema. Bei dieser nächsten Info oder bei dieser nächsten Neuigkeit oder... Ja, wie kann man das nennen? Ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Das muss man schon fast mit einem, ja, beleidigenden Titel irgendwie benennen, weil... Okay, ich fange nochmal von vorne an. Also es gibt einen südkoreanischen Professor, der hieß... Oder nicht, der hieß... Der heißt Dong Wong Cho. Der heißt Dong Wong Cho, ja. Die Eltern gehören eingesperrt. Auf jeden Fall... Weißt du, in der Info... Oder in der Newly News... In der Info, die ich dazu gelesen habe, stand sogar extra in Klammern hinter dem Namen, dass der Name von der Redaktion nicht geändert worden ist, ja. Dass man sowas allein schon mal da hinschreiben muss. Dong Wong Cho, okay, gut. Toller Name. Auf jeden Fall hat dieser südkoreanische Professor eine fragwürdige Theorie in den Raum gestellt. Und zwar sollen gewalthaltige Videospiele und vor allem Shooter sollen böse und gefährlich sein. Und der Grund dafür ist die Hitze. Denn er meint nämlich, dass wenn man irgendwelche Shooter spielt, dass wenn man, oder nicht Shooter, sondern generell gewalthaltige Spiele spielt, dann soll die Grafikkarte des PCs besonders heiß werden. Und wenn eine Grafikkarte besonders heiß wird, dann bedeutet das, dass sie mehr Radiowellen abgibt. Und das soll dann, oder ist gesundheitsschädlich. Das ist bewiesen, das ist klar. Aber es geht sich ja um das Generelle, also dass die Grafikkarte dann heißer werden soll, wenn man einen Shooter spielt. Und belegen werde dies dadurch, dass zum Beispiel beim Spielen eines Rennspiels die Temperatur der Grafikkarte, ja von seinem Testrechner, von 36 Grad Celsius auf 45 Grad Celsius, ja Hochanstieg, und bei einem nicht näher genannten Shooter soll dies jedoch sogar auf 57 Grad Celsius beantragen. Beantragen? Soll dies auf, also egal. Ist egal. Und, ja, da, ich glaube, da kann man ja gar nicht nachdenken. Ist auch egal. Kommt auf die Grafikkarte an, kommt auf das Spiel an. Und, naja, auf jeden Fall hat sich jetzt eine koreanische Webseite, die heißt, äh, Inwin. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Inwin. So koreanisch. Inwin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die das jetzt versucht zu entkräften, oder das muss man ja nicht versuchen, das ist ja eigentlich schon direkt entkräftet, solange sich das jemand durchliest, der da Ahnung von hat, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat die das nämlich auch gemacht, die hat auch so einen Testrechner gehabt, und, ja, und dann hat die halt auch so ein Rennspiel gespielt, da stieg das Spiel, da stieg die Hitze, mein Gott, auch nur auf, weiß ich, auf eine bestimmte Höhe an. Und danach haben sie ein ganz blutrundiges Spiel gespielt, und zwar Manhunt, das ist in Deutschland indiziert, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ihr das kennt, das ist so mit Snuff-Film und so, ziemlich übler Scheiß. Und da, bei diesem Spiel stieg die Grafiktemperatur kaum an, ja, weil das müsst ihr wissen, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, ich glaube so mit Sicherheit sieben, acht Jahre ist das mit Sicherheit alt, und da stieg die Grafikkantentemperatur so gut wie gar nicht an, und, ja, den Gewaltgrad dieses Spiel, das müsst ihr euch mal reinziehen, das ist schon extrem, ja, und in dem Fall ist da sogar dann bewiesen im Umkehrschluss, dass dieses Rennspiel, was dann auf dem Testrechner lief, dass dann sogar die Grafikkarte mehr belastet hat, oder dass die Grafikkarte zu einer höheren Hitze angetrieben hat, sozusagen, ja, dass das sogar viel gewalthaltiger ist als Manhunt, ja, und das ist allein so totale Idiotie und totaler Schwachsinn. Naja, dazu muss man sagen, dass dieser Dong Wong Cho, ich komme immer noch nicht klar mit dem Namen, dass der auch schon zum Beispiel eine Studie rausgebracht hat, dass der Genuss von Pornografie bei unverheirateten Männern Leberschäden verursachen soll, oder dass Smartphones so Stimmmissbildungen führen können, das ist alles totaler Schwachsinn, ich weiß gar nicht, was da in seinem kleinen Kopf drin ist, er, äh, 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 oh Gott, ich will mich da auch gar nicht drüber aufregen, machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema. Die nächste Neuigkeit dreht sich so ein bisschen wieder um DayZ, das wird jetzt auch gar nicht lange dauern, ich möchte einfach nur euch mal wieder so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, denn, ähm, Dean Rocket Hall ist jetzt ja von seiner Mount Everest-Besteigung, er hat Besteigung gesagt, nein, der ist jetzt von seiner Mount Everest, ähm, Besteigungszeug, da ist er wieder zurückgekehrt, und dann hat er jetzt einem, äh, Gaming-Magazin an der Internetseite Gamasutra.com, das ist auch ein richtig geiler Name, da muss ich echt mal sagen, hat er jetzt ein Interview gegeben, und, äh, ja, da könnte man jetzt auch total viel zu erzählen, aber so kurz zusammengefasst bedeutet das, ähm, oder hat er gesagt, dass, äh, er das Crafting-System toll findet, dass er die Charakter-Animations-Kiläten toll findet, dass er sich über die herstellbaren Gegenstände freut, also er ist total begeistert von seinem Spiel, ähm, und da hat er aber auch noch was zu dem, äh, zu der Preispolitik gesagt. Ähnlich wie bei Minecraft wollte man die Spieler belohnen, die früher in die Standalone von DayZ einsteigen, das heißt, in die Alpha, wenn man, wenn die Alpha-Version rauskommt, wenn die offene Alpha rauskommt, dann, äh, wird das Spiel, was weiß ich, sagen wir 10 Dollar kosten, das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt nur ein utopischer Wert, ne, aber das ist jetzt nur ein ausgedachter Wert, das heißt, ich möchte jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen, und dann kommt es in die Beta-Phase, damit es wieder ein bisschen teuer, und irgendwann, wenn es dann in die fertige Version kommt, dann wird es noch mal ein Stück teuer, das ist ungefähr so, ja, wie das System noch bei Minecraft. Und er hat auch gesagt, dass sich das Spiel jetzt gerade schon in der Closed Alpha befindet, das heißt, bis jetzt sind momentan 30 bis 100 Spieler sind momentan in der Closed Alpha drin, die die Server-Architektur testen, und die da das gesamte Spielprinzip testen, und es, wenn das jetzt alles klappt, das heißt, wenn die ganze Server-Architektur jetzt funktioniert, und wenn das generelle Spielprinzip aufgeht, dann könnte es schon im Juni eine offene Alpha-Phase geben, ähm, da, das wäre natürlich richtig geil, und, ähm, allerdings ist das natürlich noch nicht klar, da muss man jetzt natürlich erst mal abwarten, wie die Server-Architektur und so ist, dann werden wir mehr sehen. Allerdings hat er jetzt auch ganz deutlich gesagt, einen finalen Release-Termin für die Retail-Version möchte er noch nicht sagen, das ist auch noch vollkommen unklar, das steht noch in den Sternen. Erstmal ist wichtig, momentan läuft eine Closed Alpha-Phase, und wenn die gut genug läuft, dann könnte es eventuell schon im Juni eine offene Alpha-Phase geben. Machen wir mal weiter. Und zum Schluss gibt es noch eine Neuigkeit zu Battlefield 4, die, ähm, naja, kommt jetzt auf die Sicht des Betrachters an, allerdings eher negativ ist, und zwar gibt es ja, wenn man sich Battlefield 4 auf Origin vorbestellt, ähm, und zwar die Digital Deluxe Edition vorbestellt, dann bekommt man China Rising dazu, das ist ein DLC, das vier neue Maps liefert, noch so ein paar Hightech-Unlocks und, äh, ein paar Fahrzeuge mit dabei, und dieses, äh, DLC, das ist ja im Prinzip ein ganz normales DLC, wie auch Endgame oder Armored Kill oder sowas, das, äh, soll halt, wenn man sich die Digital Deluxe Edition vorbestellt, kommt, ist das halt kostenlos dabei. Ähm, ja, das habe ich jetzt doppelt gemobbelt gesagt, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, wenn man sich das Spiel nicht vorbestellt, beziehungsweise nicht die Digital Deluxe Edition vorbestellt, dann ist das DLC natürlich nicht dabei, logischerweise. Und, ähm, jetzt kommt der Kritikpunkt, aber besser gesagt das Negative, der, das DLC, das wird erst, äh, deutlich später als das Hauptspiel für die Leute, die sich nicht die Digital Deluxe Edition gekauft haben, rauskommen. Das heißt, wenn man sich das Spiel nicht vorbestellt, dann wird man noch ein bisschen auf die neuen Maps und auf die neuen Unlocks und so warten müssen. Ja, ist jetzt natürlich erstmal ein Grund mehr, sich das Spiel vorzubestellen. Ja, kann ich jetzt, möchte ich jetzt auch gar nichts zu sagen, also ich werde es mir vorbestellen, ich habe da riesig Bock drauf auf Battlefield 4, ich freue mich da auch richtig drauf. Ähm, einfach noch so, by the way, am 29. Oktober 2013 kommt, äh, Battlefield 4 für PC, Xbox 360 und Playstation 3 raus und für die Next-Gen-Konsolen PS4 und Xbox 360, äh, Xbox, was? Nein, 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 Xbox One, genau, das ist ja dieser dicke, fette, hässliche Kasten, ähm, für die beiden Konsolen, also für die Next-Gen-Konsolen, ähm, gab es noch keinen Release-Termin, allerdings soll es dafür auch rauskommen, das werden wir dann einfach in den nächsten paar Wochen, Monaten, whatever, erfahren. Gut, hier wären wir dann auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt, ich hoffe, das hat euch, ähm, gefallen. Ja, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zugucken, natürlich, äh, ich hoffe, euch hat die gefallen, auch wenn das jetzt so ein bisschen, äh, unstrukturierter war oder vielleicht gefällt euch das ja sogar, dass ich das Ganze so ein bisschen mehr frei aus dem Bauch rausmache, ohne groß vorzubereiten. Kann natürlich alles sein. Gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, ja, ähm, schönen Start in die Woche, auch wenn das vielleicht nicht so ganz doll ist, ich weiß, das ja selber ist scheiße, und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder oder, ähm, wenn nicht in einem anderen Video oder, oder weiß, ja, ihr wisst schon gescheit. Alles klar, macht gut, ciao, ciao.